Mit ihr geht's auch weiter, drüber oder drunter. Wir brauchen Ihre Potsdamer Kontakte. Mit ihr werden unsere Ideen und Visionen Wirklichkeit. Ihr Mut, Ihre Kraft und Ihre Leidenschaft stecken an. Und deshalb möchte ich für Sie als Landrätin am Ball bleiben. Ihre Stimme zur Stichwahl am 24. Januar. Ehrlich, sozialdemokratisch, Martina Gregor Ness. Wettet ihr, dass ihr es schafft?